K1 ist doch der Rapper von Bushido. Ah! Also K1 ist heute hier, zusammen mit Haftbefehl, Massiv, Chilo und Abdi hab ich gesehen. Wen hab ich vergessen? Echo Fresh natürlich, Farid Bang natürlich. Ja, auch Farid Bang ist gut, oder? Farid Bang ist der Hammer. Haben wir auch Kölner Gruppen heute hier? Ja, Echo Fresh zum Beispiel. Tatwaffe ist auch hier von der Ziele. Tatwaffe? Okay, dann lass ich den gleich noch mal moderieren. Was meinst du? Ist cool, Alter. Der Moderierte bei dir auch immer? Ich hab den noch gar nicht interviewt heute Abend, aber wir können ihn ja vielleicht zusammen interviewen. Klar, ist gar kein Problem, weil der moderiert bei uns, ne? Moderiert der direkt gerne. Vielleicht bei dir auch mal. Kipp dir in die Kamera das Mikro. Weißt du, der will gar kein Rapper mehr sein, so weißt du. Du gibst in die Kamera das Mikro und dann geht der ab. Hallo Leute und so. Genau, sag dem. Sag die Grüße von John, ne? Und dann sagst du, soll mal filmen. Okay? Danke. Okay, danke. Ganz ruhig weiterfilmen. Weißt du mich noch? Schöne Optik. Ja. Yo, yo, yo. Yo. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, warte mal. Alles klar bei euch? Ja? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, jetzt hier sind wir bei Schattenwelt TV. Endlich bin ich hier angekommen und die richtigen Jungs sind schon da, aber die falschen Interviewpartner. Aber kein Problem. Wer bist du? Scheißegal. Servus. Ich bin's Abdi Süd mit Cillo385. Wir sind bei Aslaks. Ihr Haftbefehl. Der ist auf der Autobahn, der kommt gleich. Ihr wisst Bescheid, alle. Wie heißt das? Schatten. Schattenwelt TV. Schattenwelt TV. Alle, ich bin eh auf der dunklen Seite der Macht. Die Ninja-Astazine, die kommen aus den Schatten raus. Ich zieh mit Darth Vader. Damit ihr wisst, alle. Was geht ab? Schattenwelt TV. Ja, Mann. Und dann der Pegel auf dem Fader. Der Pegel auf dem Fader, weil wir müssen noch pegeln. Das ist Safi. Gut, vielen Dank. Was ist das jetzt? Schattenwelt TV. Wir fragen nicht. Was ist denn? Wann hast du mein erstes Mal und so? Wann hast du dein erstes Mal? Geht euch, ich seh an, alle. Ist das? Hallo. Mein Name ist John von Schattenwelt TV und du bist der Beste. Habe ich vorhin schon im Interview gesagt. Marokkaner, Düsseldorf. Willkommen in Köln auf jeden Fall. Du weißt nicht, wie rassistisch die in Düsseldorf sind. Ich hab ja selber meinen Oberblick gewohnt. Scheiße, so weißt du. Der ist im Zentrum. Richtig beste Gegenteuer. Warte. Ne, Düsseldorf. Köln ist ja auch dafür bekannt, der Parkplatz von Düsseldorf zu sein. Deswegen halb so schlimm, ne? Ich dabei und anschließend werde ich ins Hotel gehen mit der ein oder anderen netten Dame. Strikte Gesetze sollen den Jugendschutz auch im Internet garantieren. Viel Spaß. Düsseldorfer kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, wir müssen uns alle fortplanen. Das meinst du, was ich meine? Alles dann. Machst du noch einen Shoutout für Schattenwelt TV? Auf jeden Fall. Yo. Yo, Farid Gangbang. Ich fick erst den Arsch, denn ich bin der Beste. Und das hier geht an Schattenwelt TV. Yeah. Ja. Cheers. Danke. So. Komm. Spill, spill. Genau. Guck mal, hast du es noch drauf? Was ich gedacht habe? Komm mal. Sowieso. Ich brauche am meisten mit sich selber machen. Ja, bist du ja wieder. Komm mal mit. Gehen wir hier vor dich. Jetzt müssen wir erst mal hier unten. Da machen wir durch. Schal. Wir haben auch einen Blondes. Jeder passt auf den ADS-Kanal. Ey. 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 Was geht bei dir? Guck mal, wie zur Hölle ich aussehe. Guck mich an, Mann. Ich brauche einen Moderator. Weißt du was? Du siehst aus, als würdest du jetzt gleich irgendwo in die Karibik fahren und da ein Multi-Millionen-Dollar-Video drehen, oder? Ja, eigentlich schon. Oder würdest du am Zoll nicht weiterkommen? Ja, darfst auch nicht. Weißt du? Nur ich mache ja gleich einen Freestyle irgendwie. Ich bombe die dann alle weg. Hast du schon gehört? Nein, Mann. Aber mach gleich. Ja, ne? Ey. Weißt du, was vorhin passiert ist? Der Moderator, der hier war, der dachte, ich bin der OPR. Ja, ich glaube. Wollte er mit mir ein Interview machen? Was könnt ihr alle sehen auf Schattenwelt TV? Wie geil. Was ich dazu zu sagen hab? Hier hab ich gesagt, no, no, no. Ich bin der OPR. Ja, eigentlich bin ich ja der Moderator heute, aber. Du kannst auch gleich mal für mich moderieren, ne? Apropos wie immer. Du musst auf jeden Fall. Ich bin auch in Inkognito. Inkognito? Ich bin auch in Inkognito. Du als Gast hier, Freundin. Was ist denn bei dir passiert? Kennt dich jetzt keiner mehr, oder? Ist es vorbei? Ne, doch. Viele Fotos gemacht und so weiter. Soloalbum mache ich doch gerade. Ich bin doch dabei, ich bin doch dabei. Für Köln. Für Köln. Muss ja was passieren, ein bisschen. Okay, machst du noch? Ja, dank dir. Ja. Wir gehen uns mal umgucken. Wir sehen uns. Ja, echt. Genau, ja. So. Wer haben wir denn? Was haben wir denn hier? Hi. Was geht? Was geht? Ich weiß auch nicht, was hier geht. Boxkampf, ne? Machst du mit? Leider nicht. Leider nicht, ne? Weißt du was cool? Freestyle-Boxkampf. Weißt du was ich meine? Wo jeder mal darf so. Kannst du deinen Jungs mitbringen? Weißt du, einer sucht einen aus. Dann kannst du den da hinschicken. Das wäre korrekt, oder? Mach klar, wir gehen runter. Mach nicht. Kommerziell, weißt du was ich meine? Okay, okay. Ich war ein Mann und so. Ist egal, macht auch Spaß, oder? Auf jeden Fall. Wo kommst du her, wer bist du? Aus Münster, mein Name ist Sammy. Dein Name ist Tim? Du kommst aus Münster? Sammy, Sammy. Sammy, alles klar. Wo kommst du her, Sammy? Aus Münster. Wer bist du? Menes, auch aus Münster, ja. Ich weiß nicht, was? Menes, Menes. Menes, okay. Willkommen bei Schattenwelt TV. Komm hier hin, ich bin ein Rapper. Ich kämpfe gegen jeden Rapper. Hier, mal einen kleinen Freestyle. Hau rein. Ich bin Rapper COZ aus Aachen. Jungs, merkt euch das. Wenn ihr kämpfen wollt, kommt. Ich bin der einzige Rapper, der kämpft. Fight Night 4, 3, 5, ist mir egal, kommt. Ist kein Problem, wo wohnst du? Aachen City. Ja, ich komm aus Aachen. Ich meine, wo finden die dich? Die kommen schon. Aachen, Talstraße. Wenn ihr wollt, kommt. Ansonsten bei so einer Veranstaltung, ich bin dabei. Aachen City Gangbang COZ Jungs. Jo, das war gut. Du hast da einen Junge, der seine Adresse nimmt. Deshalb haben wir die ausgeblendet. Ah, cool. Aachen, ja? Aachen. Guck mal, was wir hier haben. Hey, bei dir. Alles klar? Guckt euch Mr. Schönling an. Er sitzt hier. Ladies, du hast das Wort. Ich hab das Wort. Ja, geile Veranstaltung. Veranstaltung? Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Ich hab euch jetzt nicht erkannt. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Wir sind Freunde vom Veranstalter. Das ist ein VIP. Danke. Schattenwelt TV. Grüß mich. So. Stopp. Komm an. Pause. Jetzt kannst du dich. Lohnst. Warte mal. So. Jetzt zeig ich euch mal, Kinder, wie das hier geht. Köln. Kannst du jetzt vergessen. Tartwaffe. Tartwaffe. Weg da. Weg da mal. Weg da. Wir müssen jetzt hier Tartwaffe machen. Na ja, alles gut. Obergangster. Nein, sieht aber gar nicht so aus. Ist cool. Ist cool. Okay, schätze ich hier. Dann haben wir mal Friday Nighting. Komm mal. 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 Hast du gelesen, ne? Jay Roche. Herzlich willkommen in Köln. Ja. Mach mal ein Interview kurz. Ja. Haftbefehl hier. Haftbefehl. So wie ich nicht werden wollte. Wie sieht's aus mit dir? Alles cool. Ich war gerade in Hannover. Ich hab zwei, drei Stunden zerspät und wie immer. Ich hab wenig geschlafen, aber bin fit. Dreht gleich auf, glaub ich. Nee, nee, nee. Ja. Na gut, freu ich mich drauf. Wollte dich mal live sehen. Wir haben ab und zu gehört. Du warst noch mal in Köln. Wollten wir vorbei. Waren mal im Studio. Aber die alle, nee, nee, nee. Weißt du, neid ich so, ne? Nicht wohl immer. Ja klar, mal gucken. Kenn dich noch nicht. Du bist ja noch relativ neu, ne? So ein bisschen. Ja, ich bin neu. Ich bin neu, ja. Hallo, ich bin Haftbefehl. Hallo, Haftbefehl. Versuch heute zu rappen, ne? Ja. Wie, nochmal, nochmal, nochmal. Ich versuche, ja. Versuch's heute zu rappen, ne? Ich versuche, ja. Versuch's heute zu rappen, in echt. Der Malik ist sauer. Malik ist sauer? Echt, wieso? Nee, deine Freunde haben wir vorhin schon interviewt, ne? Die meinten, du kommst gleich, bist auf der Autobahn und so. Du kommst aus? Frankfurt. Frankfurt, ja? Frankfurt City. Offenbach. Aber wie gefällt dir Köln? Was geht ab in Köln so? Wie gefällt dir das? Ganz ehrlich, ich war hier dreimal oder so in Köln. Ich war bei Katar damals zu Besuch in Balbedo. Aber ich bin in meinem Hotel oder in Spilotheken gelandet. Also ich hab die Stadt noch nie sehen können. Weißt du Bescheid? Nächstes Mal rufst du bei Schattenwelt TV an? Ja. Weißt du Bescheid? Der Produzent von dem... Xavier wollte ich grad sagen. Cero Bas auch nicht. Ich komm gleich drauf. Heißt der? Xata. Xata? Ja, genau. Der sitzt bei uns im Köln. Ab und zu rum. So aus Bonn und so. So ne Stadt nebenan. Kommst du einfach mal vorbei, oder? Ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal auf jeden Fall nicht Hotel rumhängen und sowas. Wir haben auch so Straßen, weißt? Wir können auch hier so. Die Stadt auf jeden Fall an. Ich geh mal türkisch essen. Ich hab gehört, auf der Kolbstraße oder Kolpingstraße gibt's... Ja, da musst du nach Mühlein fahren. Voll krass. Da gibt's einen guten Kurden. Da geh ich später essen. Genau. Orient Paradies. Weißt du was ich meine? Ja, ich geh auf jeden Fall mal gucken. Ja, dank dir. Hau rein. Machst du noch ein Shoutout kurz? Ja. Für Schattenwelt TV, ne? Und ihr guckt Schattenwelt. Ihr habt alle Haftbefehle. Na hier. Schattenwelt TV. Genau. Sind wir fertig? Ja, klar. Alles gut? So, jetzt haben wir hier. Der Kameramann von Tatwerfer hat mich gerade geschubst. Ich hätte es Bock, dem auf die Fresse zu hauen. Einfach so. Damit er kapiert, was hier los ist. Du Hund. Mach das sicher mal. Dankeschön. Was ist mein Sohn? Pass auf jeden Fall besser. Wenn die ganzen Leute durchgehen. Pass auf! Kannst du gerade mit dem Kabel? Pass auf! Der Kabel ist unter. Pass auf! Pass auf! Da ist es natürlich Untertitelung des ZDF, 2020